Im Rahmen des Drehs zur 96-Hausaufgabe mit unseren Spielern Leo Bittencourt und Rossellou sind diese wirklich sehenswerten Aufnahmen entstanden. Bei der von Hannover 96 und Hauptsponsor Heinz von Haydn durchgeführten Aktion trickste Leo Bittencourt wie ein Weltmeister und unser Stürmer Rossellou bewies sein können auch an der 96-TV-Kamera. Leu Bittencourt Musik Untertitelung des ZDF, 2020